Ich zeige euch heute, wie ihr euren Gürtel richtig binden könnt. Dafür braucht ihr die Hälfte eures Gürtels. Die Mitte wird auf den Bauch gelegt. Händen überkreuzen wir unsere Gürtel einmal. Beide Enden führe ich wieder mit nach vorne. Eins lege ich oben drauf. Dieses obere Stück kommt einmal hier unten durch, so dass ihr oben raus schaut. Ich ziehe beide Enden wieder etwas fester. Das obere wird wieder drauf gelegt und kommt einmal hier durch das Loch wieder von unten durch und wieder festziehen, so dass die beiden Gürtel aufeinander hier liegen und die Enden ungefähr in die gleiche Richtung schauen.